Musik 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 Sie was hier ist Sven Teichmann, schönen guten Tag! Ach, Sie müssten heute buchen, dann reisen Sie nach Namibia! Ich gucke in meinem Plan nach, wir hätten da für nächstes Jahr noch eine Tour frei. Was natürlich besonders gut mir in Namibia gefällt, ist die Vielfalt des Landes. Von den Menschen, von der Natur, ein Land, das den ganzen Kontinent vielleicht ein Stück weit repräsentieren kann. Every Namibian must have a job. Who feel like coming to Namibia to invest. Welcome! Durchhaltevermögen und dann wird's einem richtig Spaß machen, in Namibia zu leben. Mangran, Nickel, Blei, Gold, Rupfen. I think you are more than welcome to invest in our towns. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch von den Meteoriden getroffen zu werden. Das ist das schönste Land der Welt. Es gibt kein schöneres. Ich möchte hier bleiben und wir haben das Meer, wir haben so Klippen, wir haben Dünen. Sie können auch hier wohnen, wenn Sie möchten. Vielen Dank. Thank you very much. Zum Wohl, Sven. Zum Wohl. Zum Wohl, Sven. Zum Wohl, Sven. Zum Wohl, Sven. Zum Wohl, Sven Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020